Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Am 19. Mai 2019 findet die Volksabstimmung zum Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung statt. Sie alle wissen, dass für den Wohlstand unseres Landes eine verlässliche Altersvorsorge und eine international wettbewerbsfähige Unternehmensbesteuerung zwei wichtige Grundpfeiler darstellen. In beiden Bereichen sind aber Reformen dringend notwendig, wenn wir unseren Wohlstand sichern wollen. Mit der Vorlage werden Steuerprivilegien für international tätige Unternehmen abgeschafft. Diese müssen künftig mehr Steuern bezahlen. Dafür sinkt die Steuerbelastung für im Inland tätige kleinere und mittlere Unternehmen. Alle Firmen werden davon profitieren, dass Investitionen in Forschung und Entwicklung steuerlich gefördert werden. Die Kantone erhalten vom Bund zusätzliches Geld, um die Vorlage nach ihren Bedürfnissen umzusetzen und mögliche Auswirkungen auf Städte und Gemeinden abzufedern. Um attraktiv zu bleiben, planen viele Kantone, ihre Unternehmenssteuern zu senken. Diese Steuersenkungen sind aber nicht Teil der Vorlage, sondern werden von den Kantonen autonom entschieden. Die steuerlichen Massnahmen von Bund und Kantonen führen kurzfristig zum Indereinnahmen von 2 Milliarden Franken. Im Gegenzug erhält die AHV pro Jahr ebenfalls rund 2 Milliarden zusätzlich als Beitrag zur Sicherung der Rinden. Davon steuert der Bund 800 Millionen bei. Der Rest wird über eine Beitragserhöhung bei der AHV finanziert. Auf 1'000 Franken Lohn entspricht dies einem Betrag von 1,50 Franken. Gegen die Vorlage wurde von zwei Seiten das Referendum ergriffen. Einerseits wird kritisiert, die Vorlage verknüpfe zwei sachfremde Themen. In unserer direkten Demokratie sind aber oft Kompromisse unumgänglich, wenn wir in wichtigen Fragen vorwärtskommen wollen. Im vorliegenden Fall geht es darum, den Entlastungen für den Unternehmensstandort einen sozialen Ausgleich durch eine AHV-Zusatzfinanzierung gegenüberzustellen. Eine zweite Gruppierung bemängelt an der Vorlage, dass sie zu massiven Steuerausfällen und zu einem Abbau von Dienstleistungen des Staates führen wird. Bundesrat und Parlament teilen diese Befürchtungen nicht. Sie sind im Gegenteil der Überzeugung, dass die Vorlage hilft, mittel- und längerfristig Steuereinnahmen zu sichern. Nichtstun wäre für alle, die Bevölkerung, die Wirtschaft und den Staat, die teurere Lösung. Aus diesen Gründen empfehlen Ihnen Bundesrat und Parlament, dem Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung zuzustimmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017